Sie werden lachen. Es wird ernst. Der Sommer ist vorbei, aber was für ein Sommer das war. An Rekorde im Flugverkehr. Menschenmassen, die sich um die besten Plätze am Gate prügeln. Dicke, aromatische Kerosinwolken über den Flughäfen. Über allen Flughäfen? Nein. Ein typischer Vormittag am Klagenfurter Flughafen. Von Stress und Hektik keine Spur. Ja, der Flughafen Klagenfurt. Der Luftkurort unter den Airports. Wobei, 2005 herrschte hier noch Hochbetrieb mit jährlich über 500.000 Passagieren. Aber dann ging es bergab. Nicht nur mit dem Flughafen, mit dem ganzen Land. 2016 war Kärnten gerade am Bankrott vorbeigeschramt und der Flughafen am vorläufigen Tiefpunkt von nur noch 193.000 Fluggästen angelangt. 193.000 Tickets. So viel verkauft Taylor Swift in der Minute. Also weg mit dieser Hypo-Alpe-Adria des Flugverkehrs. Dringend. Wobei also, ja, weiter geflogen werden soll schon. Land und Stadt wollten den Flughafen gleichzeitig loswerden und behalten. Jene unter Ihnen, die eine Affäre haben, kennen das Dilemma. Wer den Flughafen kauft, muss ihn also weiter betreiben. Was der Grund sein könnte, dass es 2018 am Ende nur noch einen Bieter gegeben hat. Die Kärntner Investmentfirma Lilly Hill. Benannt, und das stimmt wirklich nach dem Weingut, Lilienberg. Was der Grund sein könnte, dass Lilly Hill den Flughafen überhaupt kaufen wollte. Don't drink and buy airports. Jedenfalls Überraschung. Der einzig übrige Bieter hat die Ausschreibung glatt gewonnen. Wobei das die Art Gewinn war, bei dem die Lotto-Gesellschaft sagt, ja, Sie haben zwar keine einzige richtige Zahl, aber von mir aus, hier ist der Jackpot. Laut Bericht des Landesrechnungshofs wurde der Käufer mit einem Punktesystem bewertet. Lilly Hill hat dabei katastrophal abgeschnitten. In der Kategorie Strategie konnte man 200 Punkte erreichen. Lilly Hill hat 48 geschafft. Bei Qualität wären 470 Punkte drin gewesen. Lilly Hill ist mit 183 abgestürzt. Damit Lilly Hill damals trotzdem wenigstens die Mindestpunkteanzahl erreicht, wurde der gebotene Kaufpreis mit vollen 500 Punkten bewertet. Klare Sache, der einzige Bieter ist eben auch der Bestbieter. Wobei der Preis wirklich gut war. Also für Lilly Hill. 8 Millionen Euro hat die Firma auf den Tisch gelegt. Knapp 75 Prozent der Flughafenanteile wechselten den Besitzer und als Dankeschön gab es ebenfalls knapp 75 Prozent der umliegenden Grundstücke dazu. Im Wert von geschätzt 28 Millionen Euro. Also ein Flughafen, bei dem allein das Umland das dreieinhalbfache wert ist, landet bei einem Investor, der kaum die Kriterien erfüllt. Ja, sowas nennt man Panikverkauf. Wer aber steckt hinter Lilly Hill, der Firma mit dem Namen eines Kindermärchens? Ein geheimnisvoller Mann namens Franz-Peter Orasch. Lilly Hill-Gründer Orasch kauft in Kärnten seit acht Jahren Häuser und Grundstücke im großen Stil. Gelernt hatte unter anderem bei Immobilienmilliardär René Benko. Franz-Peter Orasch oder wie René Benko sagt Praktikant. Statt Champagner auf der Yacht gibt es Soda-Zitron auf dem Tretboot am Wörthersee. Wobei mit den Grundstücken hatte er Großes vor. Ein Business Center sollte entstehen. Dazu noch ein Messezentrum und ein komplett neuer Stadtteil. Kein Minimundus, sondern ein Maximundus. Passiert ist dann allerdings nichts. Gut, Orasch hat schon versucht, mit dem Flughafen Geld zu machen. Durch Verkauf des Inventars. Bereits 2019 konnte man tolle Dinge wie alte Traktoren oder benutzte Küchenutensilien ersteigern. Mein Lieblingsstück? Der Oberteilgriller Handy mit Fettspuren aus besseren Zeiten. 2021 und 2022 wurden dann die wirklich geilen Sachen verschleudert, wie Flugzeugsitze oder Gangways. Irgendwer, der einmal so hoch hinaus wollen hat wie Herr Orasch, hat jetzt eine Gangway im Garten stehen. Also Stadtteilerrichter, Altmetallhändler. Das hat dann alles nicht so gut funktioniert für Orasch. Wie wäre es also mit Kasernenbauer? Genau, eine Heereskaserne um 120 Millionen Euro bauen und dem Bundesheer schlüsselfertig verkaufen. Eine super Idee, wenn man den richtigen Geschäftspartner hat. Den da. Dieter Kandelhofer an einer Firma von Orasch beteiligt und damals im Nebenjob zufällig Generalsekretär im Verteidigungsministerium. Was kann da schief gehen? Alles. Als bekannt geworden ist, dass Verkäufer und Käufer gewissermaßen eine Person sind, schmisst das Ministerium die Schubumkehr an. Kandelhofer durfte das Ministerium verlassen und ist heute stattdessen Geschäftsführer von Lilly Hill. Und stolz auf alles, was man damals, also alles, was man geschafft hat. Ich bin sehr dankbar, dass wir schon so weit gekommen sind. Und weil wir schon so weit gekommen sind, hier gleich der nächste Streich, die Lilly Air. Lilly Air klingt nach einem Haarföhn für Kinder, ist aber eine eigene Fluglinie mit echten Flugzeugen. Oder auch nicht. Gegründet wurde Lilly Air Ende letzten Jahres. Aber selbst jene Maschine, die stolz auf der Pressekonferenz präsentiert worden ist, war nur eine halbe Sache. Vorne Lilly Air, hinten aber Lufthansa. Und das ist keine Bildmontage. Man, Lilly Put Air wäre da wohl passender. Auch spannend, auf der Homepage der Airline lassen sich Flüge in die Vergangenheit buchen. Geil, ne? Eine Zeitreise wollte ich immer schon mal machen. Na bitte. Und meine Flugdaten sind schon in Bearbeitung. Per E-Mail. Ja, Herr Orasch hat Großes vor. Meint auch einer seiner Berater. Wir möchten den Alpratria-Raum mit der Welt verbinden. Wir möchten das Tor zur Welt öffnen. Ja, fragt sich nur, ob die Welt auch wirklich durch dieses Tor kommen möchte. Was den Flughafen Klagenfurt betrifft, waren heuer bis Juni gerade mal 75.000 Passagiere unterwegs. Schließlich hat die Politik gemerkt, der Airport ist im Orasch. Also aktivieren Land und Stadt heuer im Mai eine Klausel, nach der sie den Flughafen zurückkaufen konnten, wenn die jährliche Passagierzahl wie im Vorjahr unter 100.000 runtersinkt. Im Rückkauf inkludiert Schulden. Man munkelt. Das Minus von 6,6 Millionen Euro sei doppelt so hoch wie bisher bekannt. Dazu komme ein Investitionsbedarf von 15 Millionen Euro. Investieren? Wozu? Der Flughafen eignet sich doch maximal noch als Trainingsgelände für Klimakleber. Kilometerweise Asphalt, auf dem er sich gefahrlos festpicken kann. Und apropos Klima. Ende 2025 eröffnet die Choralmbahn, die in nur 45 Minuten von Klagenfurt direkt zum Flughafen Graz führt. Sofern jetzt dort doch eine Haltestelle entsteht, die das Land Kärnten ja bisher immer verhindert hat. Und übrigens, der Flughafen Laibach ist auch gerade einmal 70 Kilometer entfernt. Also, was für eine Provinzpose. Der Flughafen wird 2018 unter dubiosen Umständen verkauft. Der Investor träumt von einem Megaprojekt, das eher nach New York passt als nach Klagenfurt. Und Bruchlandung mit Anlauf. Und jetzt wollen Land und Stadt den Flughafen um teures Geld weiter betreiben, obwohl nichts dafür spricht, dass hier jemals wieder viele Menschen fliegen werden. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus